Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Force of Nature. Jo, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich anfangen soll. Also ich habe extrem viel Zeug gemacht, unter anderem eben auch gekocht, wie man sieht. Der Käse läuft jetzt noch durch. Ich habe die zwei Wasserfilter, die hier hinten so weit auseinander standen, habe ich jetzt mal hier direkt beim Wasser hingestellt, dass es etwas zügiger geht vom Weg her. Ich habe hier mal so einen Truhenparcours aufgebaut, wo ich halt noch die ganzen Sachen, die in den Körben sind, dann hier rüber schaffen muss. Ich habe jetzt auch die Wasserfilter von den Gehegen hier in die Mitte gestellt, sodass die nebeneinander sind und jeweils nur noch eine Truhe hier behalten, wo dann eben die Körner drin sind oder eben hier auch der Weizen drin ist. Ich habe auch extrem viel gesammelt, klar, weil sonst hätte ich mir das Zeug hier nicht herstellen können. Und jetzt reicht es aber mal. Also ich habe enorm viel Spaß dabei. Ich mache diesen Rundlauf die ganze Zeit, dass ich die Felder ernte, dann natürlich neu ansäe, dann werde ich die, dann versorge ich die Tiere und klaue mir eben die Sachen, eben wie zum Beispiel Wolle oder Federn oder Eier und so weiter. Dann laufe ich zum Wasser, schöpfe Wasser, mache die Filter, dann laufe ich wieder zum Weizen, dann mache ich wieder zwischen den Kompost. Also irgendwie ist das ein ständiger Kreislauf bei mir jetzt gewesen und ich bin da hin und her gerannt und hatte recht viel meine Freude dabei. Und für den Entdeckertisch habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal, weil die Eisenverarbeitung ist im Grunde so das Nächste, was ich hoffentlich machen kann, habe ich jetzt schon mal vorbereitet. Zweimal Tinte, zweimal Feder, weil dann kann ich nämlich die Eisenverarbeitung machen und ich weiß jetzt gar nicht, ja okay, da brauche ich noch wesentlich mehr Tinte. Allerdings brauche ich für die Tinte noch die Krallen, genau. Und deswegen werden wir heute auch erst einmal hier im Gebiet so ein kleines bisschen Rambazamba machen. Genau, wir gehen mal zum Naturgestein, Dingsbums Altar, weil hier müssten ja einige Gegner wieder rumhüpfen. Den denke ich mal. Ja, da. Die auch hoffentlich nicht nur Stöcke haben, sondern eben auch Krallen. Also ich hoffe mal, dass ich auch Tiere und so weiter finde, sei es Bären, Wölfe oder was auch immer. Ja, da ist natürlich jetzt halt Vorsicht angesagt. Na, ist klar. So. Vor allem die, die sind jetzt halt nicht allzu schwer, die Feinde. So. Gut. Und es geht weiter. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir viel Zeug einsammeln. Gut. Die geben halt jetzt nur nicht Fleisch oder haben jetzt gerade kein Fleisch gegeben. Ja, komm her. Komm her. Komm her. So, ich möchte bloß nicht die... Ich glaube, im Müll ist nie was drin. Ne. Ihr habt mir das auch schon in die Kommentare geschrieben, dass ihr eigentlich nie was findet beim Müll. So, ähm, Bären wäre nicht schlecht, weil die geben eigentlich, ich glaube, zu 95% Fleisch. Wir laufen einfach mal in Richtung, ähm, Heimat. Schade, dass die nicht auch irgendwelche Krallen geben oder so. Oder Knochen. Da. Komm her, hau halt zu. Kannst du jetzt mal zuhauen? Ah, Bären. So. Jetzt regeneriere dich erstmal. Mal schauen, wo der Bär ist. Ich habe ihn gehört, aber... da ist er. Da ist er. Oh. Ich habe halt derzeit echt gehofft, ne. Da oben habe ich zwar gesehen, dass Wölfe sind, aber die geben ja im Grunde auch nur Fell, ne. Stöcke nehmen wir natürlich immer mit. Ich meine, auch kleine Gegner oder schwache Gegner können natürlich extrem gefährlich sein, wenn sie gerade in der Menge auftauchen, ne. Das ist ganz klar. So, ich will jetzt erstmal schauen, dass ich hier ein bisschen aufpusche. Hier. Ähm. Ähm. Ah. Japp. Ah. Japp. Wir laufen einfach hier mal ein bissel zurück. Oh. Na, nicht auf die... Auf den Bogen. Haus so zu. Klauern, ganz wichtig. Vielleicht erst einmal die Kartoffeln auch verballern. Eins und los geht's. Gut. Schade. Meine Fälle sind ja auch gut für Leder, aber da weiß ich halt nicht, inwiefern ich das brauche. Äh... Füchslein. Oh, schade. Kartoffel, Kartoffel, Traube. Die rennen halt dann doch immer wieder weg. Klauen brauche ich. Da habe ich noch gar nicht so wirklich aufgedeckt. Oh ja. Ach. Darum geht's. Gut. Schauen wir mal die Ecke noch. Die Fleischpastete ist natürlich am besten, das ist eindeutig. Ich... Da werde ich wahrscheinlich nicht durchkommen, oder? Ne. Aber ich kann hier Baum wieder mitnehmen, weil ich habe eh nicht mehr so viele von den Stämmen. Und dann haben wir hier auch gleich einen Weg getaucht, das ist ja auch in Ordnung. Passlich genug Ausdauer, ich habe wieder nicht drauf geschaut, nicht? Ah. Ah je. Aber du kannst auch noch welche von der... von Kartoffeln essen. Neun Klauen zumindest. Jetzt muss ich bloß ein bisschen warten... bis die Ausdauer wieder oben ist. Da muss ich auch mal schauen, dass ich mir noch mal Kakteen hole. Ja, kannst du auch noch was essen Aber nochmal, da essen wir erst einmal die Kartoffeln Weil die sind jetzt nicht mehr so So relevant So, das sollte jetzt eigentlich Reichen Und da haben wir jetzt wirklich alles ausgedeckt Clowns sind immer gut Splitter brauche ich nicht Also Steinen hat man ohne Ende Gut Man braucht halt echt viel Fleisch Wenn man diese Fleischpasteten macht Aber die sind halt auch richtig gut Da habe ich tatsächlich noch ein Eck Was noch nicht frei ist Jetzt aber Splitter, Splitter Baumstamm So mal wieder Gerade machen So Dass ich wieder weiß, wo ich hin muss Wo seid ihr? Oh verdammt Wieder falsche Taste gedrückt Das sind halt noch die Easy-Finde Das ist klar Was haben wir denn eigentlich noch 1.600? Ungefähr ja Ungefähr 1.600 Die wir brauchen noch So Einmal das essen Einmal das Und Ausdauer Ganz wichtig So Okay, dann rufe ich jetzt mal den Geist Weil es wird mir schon wieder zu dunkel So Entschuldigung Dafür sind wir jetzt ja gleich wieder Im Hellen Und dann gehen wir mal in den Bereich Der etwas schwieriger ist Na, was heißt schwieriger? Oh, nice Wir gehen nach Scorpius Das sind halt jetzt halt noch nicht so viele Feinde Aber es gibt immer noch ein Eck, wo wir noch nicht waren Und wir müssen auch Moment, das war zum einen hier Ja, und das war's Genau, wir müssen auf jeden Fall mal da hin Jetzt hoffe ich nur mal Ja, wir werden auf jeden Fall Gegner finden Ich muss hier auf jeden Fall schauen, dass ich gleich noch Kakteen Wegholze Moment, wo? Drei Weil die brauchen wir auf jeden Fall für den Kaktussaft Dann kommen da halt nur eine raus Ich glaube, ich brauche immer drei Stück für so einen Saft Warte mal, das lassen wir Da schauen wir lieber, dass wir große Kakteen finden Die kleinen, die bringen halt nichts Da hast du vielleicht eins oder maximal zwei Solche Fleisch Äh, solche Kaktusfleisch Und das bringt nicht sehr viel Die da sind schon besser Da muss ich zwar ein oder zwei Meter öfters draufhauen Aber Wir haben halt dann gleich drei Stück, ne? Oder mehr Wenn's gut läuft Ja, das sind jetzt auch drei Also das ist schon besser Ich weiß gar nicht, ob sich das dann alles zurücksetzt Wenn man quasi die Gegner zurücksetzt Ob dann auch die Bäume und die Pflanzen sich zurücksetzen Na, da hätte ich jetzt nicht rennen müssen Ich trinke mal einen Da sind's auch wieder vier Stück Da sind's drei Also die müssen wir auf jeden Fall fällen Hier Machen wir nämlich gleich nochmal so Kaktussäfte hier Diese Ja, Kaktussaft, genau Kupfer brauche ich aktuell nicht Wobei ich das Ja, rein theoretisch auch mitnehmen könnte Aber Ich fälle jetzt nicht jeden, ne? Das ist Die lasse ich jetzt halt mal Weil sonst wird's doch ein bisschen zu öde Bei dem Part Es ist halt doch so Dass ich tatsächlich Force of Nature spiele ich Um Ja, so ein kleines bisschen Zu entspannen Muss man echt so sagen Also Der Part heute Ich glaube, ich bin jetzt eine Woche ungefähr im Voraus Mit meinen Parts Weil es halt einfach Spaß macht auch, ne? Dieses ganze Herungegrusche Das muss einem gefallen Definitiv Das muss einem gefallen Und dann ist das Spiel halt wirklich auch Wundervoll So, wir sollten doch jetzt langsam mal an diesen Punkt kommen, oder? Wie viel habe ich denn eigentlich? Grab mal 57 Und da hauen wir nochmal die eine oder andere weg Wir brauchen es Wir kommen nicht drum rum Na, der steht auch da mitten im Weg Ich bin jetzt vor allem mal gespannt Was dann in der Ecke noch ist So, jetzt rüste ich mal so aus Weil hier werden wir der Gegner sein Ich hoffe auch klauen Das gefällt mir schon mal gut Wenn ich block Die Federn sind jetzt nicht unbedingt so wichtig So, schauen wir mal, dass wir die da auch wieder mit essen Achso Jetzt Ist halt das Gute Dass man doch gleichzeitig auch verschiedene Essen zu sich nehmen kann Jetzt habe ich nur da unten nichts mehr drin, ne? Warte mal, dann nehmen wir 45 Gesundheit Nehmen wir die Brötchen unten mit rein So, hauen wir uns noch eine Kartoffel hinter die Ohren Und dann hoffe ich jetzt mal, dass wir da nochmal irgendwas Spezielles finden Oh yes Du gibst Fleisch, oder? Fell und Klauen Die zerbrochenen Schwerer bin ich auch mal gespannt Für was ich die brauche Für irgendwas brauche ich die auf jeden Fall Okay Kurz warten Dass es wieder ein wenig auffüllt Können wir die da mal drauf tun Ich habe wieder recht viele Steinpfeile dummerweise hergestellt Weil ich wieder nicht drauf geschaut habe Eigentlich wollte ich die Kupferpfeile nochmal herstellen So dass ich 200 habe Aber habe mich dann doch wieder verguckt Das passiert manchmal Aber ich denke, ich bin der Einzige, dem so geht Und haust du den jetzt? Okay Das sind wieder solche Dann haue halt den, der da ist, Mensch Oh, komm jetzt Komm jetzt Ich denke, dass das so eine Art Schnellportale sind Also ich kann damit nichts Ah, warte mal Da ist doch ein Ding drauf Das ist ein Labyrinth Muss ich jetzt ja dann in die Mitte kommen Oder Okay, wenn ich jetzt von der Kralle ausgehe Dann wäre das Zack, rein in die Mitte Dann wäre das doch die Kralle hier Kann das sein, dass ich Klaue Feder Das schaut mir vielleicht aus wie Traube Das könnte ein Ei sein Okay Klaue Ei Feder Stein Kartoffel Ich weiß nicht, ob ich das da drauflegen muss Das könnte das da sein Das könnte auch Eine Kaktusfrucht sein, oder? Ich weiß es nicht Das könnte ein Ei sein Hm Sehr strange Vielleicht wisst ihr ja Davon Bescheid So Ich könnte rein theoretisch noch ein Tor bauen Aber ich glaube, das ist ein Quatsch Wenn ich noch ein Tor baue Weil wir haben hier ein Tor Um hier in den Bereich zu kommen Wenn, dann wäre es eher sinnvoll Wenn ich sage, ich setze hier eins hin Und vielleicht hier drüben Aber nee, das braucht es nicht Der Weg, der passt schon So, das ist die Mine Und da haben wir nämlich auch noch einiges Kann ich da so hinreißen? Nee Okay, dann holen wir unseren Geist Nach Hause Äh, Safter So, damit haben wir zumindest schon mal Was genommen Was habe ich jetzt da Da war doch Apfelsaft drin, oder nicht? Das ist strange Ich dachte, da wäre jetzt was drin Das muss ich mir später nochmal angucken So Wir gehen Äh, Nashira Genau, weil Jupiter war ja die Die ganz dunkle Ecke Und dann gucken wir mal Diesmal nicht da hoch Weil da können wir ja dann Nach Nashira gehen Äh, nach Jupiter gehen Und dann eben hier entlang Jetzt schauen wir mal hier nach unten Mal gucken, was wir da noch haben Solange die Gegner Nicht unser Tor kaputt machen Ja, das ist dann Ja, das scheint mir zu dir Ja, schnell Ja, Verstöte Ja, da Miller Ja, ich weiß Ja, ich weiß Ja, das ist dann Na komm. Na, lauf halt nicht dem hinterher. Na, nochmal die 8. Ah, die Abklingzeit ist so lang. Wo sind wir denn? 3.400, ey. Die Level hochzubringen, das ist nicht leicht. Angreifen, nicht einsammeln. Das Dumme ist auch, wenn ich's... Das ist eine Sackgasse. Das Dumme ist auch, wenn ich's jetzt halt... ...ausblenden würde, dann sammle ich das Zeug trotzdem ein. Ist das Problem. So, das können wir eigentlich auch noch nehmen. Ja, mit 20. Ja, auf jeden Fall. So, die noch mal essen. Wie viel bringen die 10? Können wir das auch noch essen und weiter geht's. Ja, da ist in dem Fall ist es jetzt egal, wenn ich da oben rein will. Zum einen ist es gut, wie gesagt, um zu leveln. Also, dass wir gegen die Gegner kämpfen, meine ich jetzt halt. Und zum anderen, wir müssen ja auch erforschen, wo's noch hingeht. Und zum anderen, wir müssen die Gegner kämpfen. Ich geh mal ganz kurz auf... ...Menü noch. Okay. Gut, gut. Dann noch die 8. Und so schnell geht das Essen weg, ne? Nur von ein bisschen... ...hier Höhle erforschen. So, aber das Zimmer wieder voll. Da gibt's jetzt auch wieder zwei Wege. ...hier Hör mal, was war... ...ne, das ist Rennen. ...e ist Berserker. ...hier Hör... ...hier Hör mal. Laufgeschwindigkeit. Rüstungswert. Naja, dann... ...zack. So. Aber halt nur solche Schilder, ne, und sowas. Ui. Das sind halt einfach doch ein bisschen zu viele. Oh, ich laufe halt nicht gegen die. Das Dumme ist halt, dass die Tasten hier so weit weg sind. Nein. Yes. Hm, hm. Na also. Puh, es geht auch. So. Also die Tasten sind einfach halt recht weit weg. Das ist aber halt so. Die einfachste Taste ist immer noch die Q, die R. T ist schon ein bisschen weiter, aber das Essen halt, ne. Und ich was essen tue. Das ist schwierig. Wir sind eigentlich schon wieder bei 34 Minuten. Komm, jetzt schauen wir noch mal ganz kurz hier. Machen die Gegner noch weg. Greif halt an. Da schaut's mal aus wie eine Sackgasse. Okay. Okay. Also gut. Dann eben noch die drei hier. Okay, gut. Also da machen wir jetzt an der Stelle Schluss. Und ich würde sagen, wir machen hier auch dann das nächste Mal weiter. Und ich bin sehr neugierig, was da noch kommt. Es könnte sogar sein, dass das hier ein Rundweg ist. Oder vielleicht hier auch noch ein Rundweg. Keine Ahnung. Wir werden es sehen auf jeden Fall. Wie gesagt, da brauchen wir kein Tor hinmachen, weil da können wir dann über Jupiter oder wie das Kreisen hat rein. Und dann hier entlang gehen. Naja. Wir werden dann höchstens hier. Naja. Da kann ich aber keins hinmachen, ne. Da muss ich dann schon hier irgendwo. Na gut. Werden wir sehen, würde ich sagen. Wenn es euch heute gefallen hat. Das war halt jetzt sehr kampflastig heute. Und ich bin halt ein bisschen umeinander gestromert, um zu kämpfen. Tausend Punkte fehlen uns noch für die Erfahrung. Sollte man auch mal was zustande bekommen, hoffe ich. Okay. Lasst ein Like da. Lasst Kommentare da. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Schönen Abend. Schönes Wochenende. Was auch immer. Ciao, ciao. Danke. Yeah. Danke. Ja. lis kAh.